... ist Anfang der 80er Jahre das Gesicht von Borussia Dortmund. Manni schmiede nach dem Wiederaufschrieb ab Oktober 76 nach sieben Jahren für den BVB. Mit 135 Toren ist der Bundesliga-Rekordtorschütze des achtmaligen deutschen Fußballmeisters und von 1959 bis 1983 war er Kapitän der Mannschaft. Erst im Mai 1990, im Alter von 40 Jahren, bestritt er sein letztes Fußballspiel als Profi. Ein großer Russe ist vor uns gegangen. Unsere Gedanken sind bei der Familie Angehörigen und Freunden des Verstorbenen. Ich bitte nun um einen Moment der Ruhe im Gedenken an einen ganz besonderen Menschen, an unseren Manni Box. Und jetzt! Und jetzt! Ich wünsche euch auch einen Manni, den Ego Wanderung. Das war's. Ich bin nicht da! Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020